Nachdem wir alle Basiskonzepte des Zustandsdiagramms, also Zustände, Zustandsübergänge und Ereignisse kennengelernt haben, sind wir prinzipiell in der Lage, den Lebenszyklus eines Objekts zu modellieren. Aber schadet das sicher auch nicht, uns zu überlegen, wie eine Zustandsfolge überhaupt gestartet bzw. beendet werden kann. Der Beginn eines Zustandsdiagramms wird durch einen Startzustand festgelegt. Ein Startzustand hat keine eingehenden Transitionen. Der Startzustand hat genau eine ausgehende Transition. Der Startzustand ist zudem ein Pseudozustand, weil man in diesem Zustand nicht verharren kann. Das heißt, es wird sofort diese eine ausgehende Transition ausgelöst zu einem echten Zustand. Diese Transition hat keine Bedingungen und Ereignisse. Ausnahme ist das Ereignis New zum Erzeugen des betrachteten Objekts. Die Angabe von Aktivitäten auf dieser Transition ist jedoch erlaubt. Beides hatten wir bei unserer Digitaluhr genutzt. Mit New haben wir ein neues Objekt für eine Digitaluhr erzeugt und Aktivitäten hatten wir auch, indem wir die Variablen für Minuten und Stunden initialisiert hatten. Zum Beenden eines Zustandsdiagramms gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens gibt es den Endzustand. Der hat keine ausgehenden Transitionen und ist kein Pseudozustand, denn das Objekt existiert noch, jedoch verharrt es endgültig in diesem Endzustand. Sollte das Objekt nicht mehr existieren, muss ich es löschen und dann verwende ich den Terminierungsknoten. Das heißt, das Objekt, dessen Verhalten modelliert wird, hört auf zu existieren. Natürlich hat dieses X auch keine ausgehenden Transitionen mehr. Hier sehen wir ein Beispiel für den Lebenszyklus eines Objekts. Es handelt sich hier nicht um den Lebenszyklus einer Prüfung, sondern eines Prüfungsantritts. Das heißt, wenn ich mich für eine Prüfung, die bereits besteht, anmelde, so wird ein Objekt vom Prüfungsantritt erzeugt und zu Beginn befindet man sich im Zustand Registered. Sollte ich mich noch vor der Durchführung der Prüfung abmelden, so gelange ich zum Terminierungsknoten. Das heißt, das Prüfungsantrittsobjekt wird wieder gelöscht. Damit verliere ich aber auch die Information, dass ich jemals zur Prüfung angemeldet war, weil das Prüfungsantrittsobjekt nicht mehr existiert. Melde ich mich nicht ab und die Prüfung wird durchgeführt, so habe ich ja keine Prüfungsanmeldung mehr, zu der ich angemeldet bin, sondern ich wechsle in einen Zustand, den wir einmal als nicht beurteilt oder not graded bezeichnen. Erfolgt dann die Beurteilung, so verlassen wir diesen Zustand und je nachdem, ob die Note ein nicht genügend ist, gehe ich in den Zustand negativ oder wenn ich eine Note 1 bis 4 erhalte, also kleiner als 5, so erreiche ich den Zustand positiv. Zu einem späteren Zeitpunkt kann noch eine Korrektur der Prüfung erfolgen, beispielsweise bei einer Prüfungseinsicht und für diese zu einem Notengrad, der kleiner als 5 ist, kann ich auch von einem negativen in einen positiven Zustand wechseln. Wir sehen in diesem Beispiel keinen expliziten Endzustand. Natürlich kann aber das System im Zustand negativ oder positiv für den jeweiligen Prüfungsantritt verharren, weil das ist ja auch das, was wir möchten, nachdem die Prüfung absolviert wurde, wollen wir uns, für quasi immer solange das Informationssystem besteht, merken, ob dieser Prüfungsantritt negativ oder positiv war. Wir sind nun in der Lage, den Start und das Ende eines Zustandsdiagramms explizit festzulegen. Zudem können wir notieren, dass gewisse Objekte nicht länger existieren sollen. Bis jetzt haben wir uns nur flache Zustandsfolgen angesehen, doch Zustände können auch geschachtelt werden. Das ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.